Hey! Und willkommen zu einer weiteren Folge Rocket Lay Agur. Heute mal wieder alleine. Nur mit einem kleinen Maid, den ich nicht kenne. Hoi! Oh lol, ach nee! Ach leck, ey, was ist das denn? Ja, okay. Gut, ich lief denn mal. Warum passiert mir sowas immer? Ja! Und schon ist wieder jemand da, der mich abfuckt. Jedes Mal kriegen wir den Ball, oh Gott. Ja, na, nice. Erst mal den eigenen Maid wegkloppen. Ey, den hast du aber, wow, den hast du aber nice bekommen. Nein! Den hätte ich besser... Ach nee. Ich hab kein Nitro. Ah, brauche ich auch nicht. Ja, obwohl doch wäre eigentlich mal gar nicht so schlecht. What the fuck hätte ich jetzt Nitro gehabt? Das hätte ein Tor werden können. Ja, das hätte auch ein Tor werden können. Ups. Oder? Waren die dann schon wieder da? Ich weiß es nicht. Paul! Komm, geh rein! Bitte! Oh, der war gut. Wow! Ja. Da ist schon das Tor. Zack! Einfach wieder weggeballert, so kennt man mich. Komm, macht ihr ihn! Ha! Ins eigene Tor, bitte! Gehst du? Geh du! Komm, das ist dein Ball. Ui! Ah, schade! Schade, schade! Das war echt... Ein netter Versuch. Alter! Hör auf, mein Meld wegzukicken, Alter! Was soll das? Voll das... Faul einfach. Oh, lol. Oh, nee. Zack! Aha! Alle outplayed. Nein! Scheiße! Ach, leck mich doch, ey. Wie da immer einer steht. Die ganze Zeit. Oh, das war knapp. Oh! Und... Nein! Geil. Ja. Ja. Ist klar. Ist klar. Was war das denn? Ich mach den einfach mit. Leute, bei mir hat er ihn... Ja, das habt ihr ja gesehen. Er hatte ihn kurz. War einfach ein Anzahlgefehler. Ja, danke, Spiel. Das war super nett, Alter. Hat mich gar nicht verwirrt gerade. Oh, nice. Zack! Oh, nein. Oh, danke. Danke, dass es dich gibt, Alter. Oh, man. Ah, die sind gut. Sind echt gut. So, bitte nicht zu mir. Nein. Ich hab doch Nein gesagt. Bitte. Ja, 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 ja. Nein. Zack! Komm. Bis dann. Dann halt nicht. Das hat mein Ball, Alter. Hier, komm, nimm mich wieder. Oh, nein. Oh, nein. Das wollte ich nicht. Aber den hat er gut gerettet. Oh, fuck it. Aber was soll ich auch dagegen machen, wenn da zwei Leute im Tor stehen? Den Ball dann da rein zu bekommen, ist eigentlich... Was hat er gesagt? Oh, falsche Richtung. Ah, ist eh vorbei. Oh, er verkackt ihn sogar noch. Lol. Oh, shit. Okay. Ja. Kann man machen. Nice. Und jetzt fängt der Nachbarn zu bohren. Hört ihr das? Ich weiß es nicht. Zack. Oh, oh, der könnte... Nee, geht er nicht. Ach, komm. Wir kriegen einfach keinen... Keiner kriegt den Tor. Oh. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Ah, der geht nicht. Zack. Haha. Ah. Oh, nee. Ah, der geht auch nicht. Nein. Der geht aber scheiße. Oh, fuck. Oh, man. Ja. Das hat er echt... Vor allem, wie er uns beide wegkickt. Realistisch. Hui. Oh. 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 Tut mir leid. Das war ein Unfall. Nein, 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 nein. Nein, shit. Ich dachte, er kriegt ihn erst nicht. Zack. So. Da. Nur für dich. Oder... Ah, doch. Ja. Na, das war dumm. Aber es war ein Versuch. Es war ein Versuch. Komm, mach nochmal. Ja, ist vorbei. Zack. Pow and wow. Ach, schade. Naja, egal. Dann noch ne Runde. Jo, Leute. Hier ist die zweite Runde am Start. Mit, äh, Manuel. Komm, komm, komm. Geh einfach rein. Durch nen Bug, durch nen Heck. Ach, keine Ahnung. Geh einfach rein. Komm, danke. Nein. Er hat ihn noch gehalten. Ey, du Sohn einer... Frau. Und ist mein Mate irgendwie AFK... Ja, mein Mate ist AFK. Geil. Ah, okay. Doch, er ist losgefahren. Ich weiß noch nicht, was es da gerade war, aber... Ich verzeih's dir. Alles okay. Alles tutti frutti. Oh, oh. Kriegt den einer von denen? Ja, natürlich. War auch nicht schwer. Hier, komm. Mate. Mach ein Tor. Oder gammel die ganze Zeit hinten rum. Das geht auch. Alter. Okay. Haha, ich hab gewonnen. Und jetzt kratze ich meine Nase. Anstatt ein Tor zu machen. Haha. Das war sogar noch knapp. Und ich hab meine Nase gekratzt. Genau da. Oh Mann. Wie lange Zeit ich jetzt hatte. Ja, und dann waren sie alle da. Dann waren sie alle da. So, passt auf leider. Ich mach das jetzt. Bitte. Und bitte mach ihn rein. Nein, bitte hab ich doch gesagt. Zack. Bringt das was? Nee. Nicht wirklich. Oh, der war schön. Oh, nee. Habt ihr gesehen? Ich bin extra wieder hoch, aber es brachte nix. Das ist so'n trauriges Leben. Oh. Zack. Scheiße, scheiße. Das ist die Vorlage. Von seinem, äh, aus seinem. Oh nein. Von seinem Leben, aus seinem Leben? Für sein Leben? Ach, keine Ahnung. Das war scheiße. Das war echt scheiße. Ist nicht schlimm. Ich find das, ich find das okay. Wir machen jetzt bitte sechs Tore. Ja, danke. Er verteidigt. Ja, nee. So schaffst du keine sechs. Ah, okay. Doch. Ach, schade. Ah, nice try. Oh, lol. Erstmal die Ultravorlage. Alter. Wow. Huh. Schau uns das mal an. Zack, Alter. Ich mach ihn rein. Oh, der ist genau da noch runtergerutscht. Normalerweise wird der immer dagegen klatschen. Er hat ihn. Okay. Dann geh mal hin. Tolle Sache. Hä? Ui. Ja. Das war auch ne tolle Sache. Er kriegt die nicht. Ey, ich hasse das, ne? Egal ob's beim Mate ist oder beim Gegner. Wenn die den Ball nicht kriegen und man damit rechnet, ist das so grausam. Ach, schade. Oh, lol. Hä? Was macht der Junge denn? Nein. Nein. Warum geht der denn dann noch in unsere Kack-Richtung? Okay. Ich bin da. Und ich... Ich hol mir jetzt auch direkt. Na, schade. Alter. Da ich den wieder angeschnitten habe, was ich natürlich auch machen musste, um den nach vorne zu kriegen in die Mitte. Ist der leider nur abgeschwächt angekommen. Komm bitte. Du schaffst es. Bitte. Oh, schade. Hätte ja sein können, dass der das voll prankt. Das war aber ein guter Prank. Und mein Mate war gar nicht hinten. Ich dachte, der wird hinten stehen und... Ja, er geht nach hinten. Und ins Tor. Das ist doch nicht wahr, ne? Ach du Scheiße. Was war das für ein Luck-Shot? Hätte ich den nicht gemacht, wäre er auch nicht reingegangen. Ach man. More luck please. Ha. Ja. Alter. Das ist echt krass. Manche... Manche Tore... Da möchte man einfach nicht mehr leben. Ah. Der war echt geil. Haha. Das habe ich geschafft. Ich hole nicht. Oh. Hä? Hä? Hätte ich den nicht bekommen? Was war das? Einen Fehler in der Mutrix? Ja. Alter. Hätte ich den nicht bekommen, ne? Das wäre... Oh Gott. Dann wahrscheinlich genauso gelaufen wie jetzt eben. Wieder nach vorne. Mein Mate macht das jetzt. Ich brauche gar nicht hingucken. Ach, schade. Das war aber knapp. Das war ein nice drei. Also... Muss ich sagen. Oh ne. Oh ne. Oh nein. Oh lol. Easy. Easy win. Ey. Das ist doch nicht wahr, ne? Der wäre glaube ich schon... Wieder reingegangen. What the fuck? Ist aber so typisch, dass der Kurzfall noch... Geil. Jetzt steht er hier. Nice. Props. An mich. Und an meine Mutter. Das war... Das war nice. Zack. Einfach komplett gedreht. Ja. Okay. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch deffen. Obwohl mir da noch ein Tor... sehr recht wäre. Einfach zur Sicherheit. Nicht, dass in den letzten zwei Sekunden irgendwie ein Tor passiert. Oh Gott. Geh du erst mal hin. Genau. Schön. Ja. Den hole ich mir. Oh Gott. Das war knapp. War doch ein bisschen näher, als ich erwartet hätte. Da, dein Ball. Da ist dein... Nein. Geil. Komm. Hui. Haha. Oh nein. Wie... Wie die damit gar nicht gerechnet haben. Ey. Wenn das ein Tor ist. Das war so klar. Ich meine, das war... richtig... hartes Glück. Dass der so dahin geflogen ist. Aber ich musste ihn ja dann auch machen. Wäre ich dann nicht da gewesen. Hätte mir das auch nichts gebracht. Es sieht aber echt gut aus. Also ich glaube... Wir gewinnen das. Und ich sage... Ich glaube, weil mir schon so einiges passiert ist. Also zwei Tore... Können doch schneller passieren, als man glaubt. Und zum Beispiel so. Ja. Siehste? Fehlt nur noch eins. So ein Scheiß, ey. Nee. Er verteidigt. Ja, geil. Ja, vorbei. Nice. Außer er kriegt ihn. Alter, so easy. So easy war das. Ja gut. Dann bewerten wir den Part. Und wir sehen uns bei der... nächsten Runde wieder. Tschüss Leute. Bis dann.